Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube Video. Du hast richtig gehört, das ist eine Premiere auf meinem neuen Channel und ich hoffe, du hast viel Spaß. Was euch erwarten wird? Hauptsächlich Minecraft Videos. Ich weiß, alle nehmen Minecraft Videos auf, aber ich denke, jeder baut was anderes, jeder kommentiert anders, jeder spielt anders und von daher ist es immer wieder ein neues Spielgefühl. Ich befinde mich gerade auf dem Server Hype. Wenn ihr den nicht kennt, ich packe ihn einfach mal in die Videobeschreibung rein. Und wir spielen Hyde und Seek. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, werdet ihr es wahrscheinlich gleich sehen. Das ist einfach wie Verstecken. Man bekommt einen Block zugewiesen in der Map, man versteckt sich, einer ist der Sucher und der tötet einen und dann muss man selbst suchen. Also wie das Verstecken spielen damals im Kindergarten, einfach einen töten, dann ist man selbst wieder Sucher. Es nimmt sich nichts dran. Das ist halt nur für, naja, Erwachsene würde ich nichts sagen, aber es ist halt in Minecraft. Und Minecraft ist cool. Ich liebe Minecraft. Und deswegen werdet ihr auch bald ein Minecraft-Let's Play auf diesem Kanal finden. Wunderbar, die erste Aufnahme und ich verspreche dich andauernd. Und ja, am besten, ich verstecke mich jetzt erstmal. Aber hier der Map kann ich ehrlich gesagt gar nicht leiden. Ich habe heute so ein Glück. Ich habe heute so ein verdammtes Glück. Meine erste Aufnahme, alles geht schief. Naja, egal. Hm, was soll ich noch erzählen? Also ich werde let's playen, was mir Spaß macht. Man kann natürlich auch gern Vorschläge machen, aber ich mache halt nur, was mir Spaß macht. Weil ansonsten ist es eben, ja, das wäre scheiße. Ich mache das auch nicht, um besonders viele Klicks zu bekommen oder um besonders toll dazustehen oder irgendwie sowas. Ich mache das einfach nur aus Spaß. Und sobald es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich dann auch auf. Ich denke, das ist das Beste, denn wenn man es ohne Spaß macht, was soll es denn überhaupt? Ich habe immer noch kein Versteck gefunden, Sophie. Ähm, jedenfalls wie gesagt, ich werde alles setzen, was mir Spaß macht. Ich werde nichts Festes einhalten. Es kommen mal Videos, es kommen mal keine Videos. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr meine Videos anguckt. Wenn ihr sie vielleicht sogar positiv bewertet, wenn sie euch wirklich gefallen. Ja, einfach mal mit der Hand drauf schlagen. Oh, jetzt hackt es. Ah, ich habe es. Ja, ist klar. Egal, jetzt sind wir halt selbst der Sucher. Habe ich ja erklärt. Wie immer, jetzt haben wir auch ein schönes Diamantschwert bekommen. Also holen wir auf die anderen ein. Das ist eh spannender, als sich irgendwie fünf Minuten in die Ecke zu stellen und zu schämen. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Und, ja, meine erste Aufnahme, ich bin richtig aufgeregt. Man hört es wahrscheinlich. Ich habe mir heute extra ein neues Headset dafür gekauft und Fabs und alles drum und dran. Und, na, gehen wir nochmal raus. Und ich hoffe einfach, ihr habt genauso viel Spaß dran wie ich. Ich mache es nicht, um Klicks zu bekommen. Ich mache es nicht, um berühmt zu werden. Ich mache es nicht, um Klicks zu bekommen. Ich mache einfach viel Spaß zu bekommen. Ich denke, deswegen sollte man es auch machen. Ansonsten ergibt es einfach keinen Sinn. Also es wäre wirklich nett. Ich weiß, ich bin kein Zombie, ich bin kein Gronkh, und ich bin kein Saratzer. Das weiß ich alles. Ich bin einfach ich selbst und, na, der Schiff, oder? Nee. Und ich hoffe, euch damit gleich ein bisschen unterhalten zu können. Hm. Ja, ich bin überhaupt nicht verplant heute. Nein. Nein, ich doch nicht. Ich muss dazu sagen, es ist schon spät. Es ist schon spät. Das ist halt ein saugeiles Spiel. Ich war da richtig mal richtig. Richtig will ich nicht sagen, aber doch, ich würde es schon sagen. Es war einfach so ein geiles Spiel, als Heighton Seek rauskam. Stecken sich noch zu mit, Leute. Also auf jeden Fall, es sieht langweilig aus, aber ich spiele es mal selbst. Man kriegt so einen Herzenfakt, wenn so ein Sucher an einem vorbeigeht. Hä, wo geht's denn hier raus? Bin ich bescheuert? Oh, genau da. Ja, hier spawnen die ganzen Sucher, sieht man ja. Die kommt auch gleich. Und, ähm, ja, wenn man sich versteckt, dann wird man einfach zum festen Block. Habt ihr eben gesehen, als ich auf den einen draufgeschlagen habe. Ja, da kann man nicht rein. Schauen wir mal drin nach. Oh, ich hasse den Sinn mehr. Naja, egal. Es gibt auf jeden Fall schönere. Ich kenne natürlich auch, wo ich mich versteckt bin, wenn ich irgendwas bin, aber... Es ist halt immer anders. Mal verstecken sich welche, mal nicht. Kam auch schon, dass er einfach auf den Surer draufgegangen ist und den getötet hat und so weitergespawnt ist. Das gab's auch schon. Hab ich auch mitgemacht, das war witzig. Hast du was? Nee. Ja, ich merk schon, es ist jetzt nicht das beste Spiel für ein erstes Video. Es ist jetzt ein bisschen langweilig, aber, naja. So lernt ihr mich besser kennen, so lerne ich euch besser kennen, was euch gefällt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Video überhaupt jemand seht. Liken, bleiben, abonnieren. Alles sofort. Sofort. Nicht angucken. Los, liken. Nein, natürlich nicht. Ich meine, wer macht sowas aus der Her-Tutorial, bitte? Boah, hat der Her-Tutorial-Gedisst? Nein, hab ich natürlich nicht. Alles in Ordnung. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wer eure Lieblings-Let's-Player sind. Ich kann ganz ehrlich sagen, mein Lieblings-Let's-Player ist Zombie. Ich gucke jetzt Video, ich stehe auf ihn total. Ich finde seine Stimme total krass cool. Und, äh, ungespielt mag ich. Natürlich Kronk. Ich meine, hallo, das ist der Gottvater auf Let's-Plays. Aber ich gucke halt alles. Ich gucke nicht nur die Großen, ich gucke auch vereinzelt noch irgendwelche anderen. Ich schaue einfach alles, was mir Spaß macht, was ich toll finde. Boah, jetzt gibt's nicht schon wieder einer hier. Und auch wieder in den Ofen. Was hältst du man nicht auch im Ofen? Naja, das lohnt sich auf jeden Fall. Man sieht ja hier, kriege ich noch Punkte für, wenn ich jemanden kille. Hm. Krieg man im echten Leben auch. Versuch's einfach mal auf der Straße. Ja. Aber was soll ich noch sagen? Zu mir, ich bin Schüler, ich bin 18. Schülerin, muss man dazu sagen. Gibt ja auch nicht so oft. Also, Schüler natürlich schon. Aber halt Mädchen, die let's playen, beziehungsweise, naja, ich weiß nicht, ich kenne eher keine Bekannten oder sonst was, sind meistens die Kerle. Echt? Okay. Na jo. Acht Sekunden, ich glaube, wir werden keiner finden. Und dann bedanke ich mir erstmal für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über mich gelernt. Habt mich ein bisschen kennengelernt. Hatte ein bisschen Spaß, wenigstens. Und ja, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder meine Videos einschalten könntet. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.